hallo zusammen herzlich willkommen auf meinem youtube kanal in diesem video werden wir versuchen die fahrkarten die flugkarten zu kaufen also eine woche vorher habe ich eine nachricht von die serie kommen dass mein flug gestrichen wurde und ich wollte nicht geld zu bekommen auf meine kreditkarte ich würde sondern das geht auf mein konto wie sehr bekommen weil es mehr geld gibt also 120 prozent zurück und jetzt habe ich auf meinem konto 1.200 ukrainische währung jetzt werde ich versuchen mit diesem geld zu bezahlen also ich will eine flugkarte aus portugal aus lissabon nach lemberg zu kaufen ich will kaufen ich bitte um entschuldigung ich spreche deutsch gar nicht sehr gut okay also so nehmen wir das datum aus also der preis ist nur 9,49€ beginnen wir die buchung so ein handgepäck stück gratis so ja hier sehen wir zahlungsoptionen verwenden sie gut haben auf ihrem visa account für die zahlung wir haben hier 47 und jetzt verwenden ja ich akzeptiere ja jetzt habe ich die flugkarte also ich habe nichts bezahlt denn mein geld wurde aus aus dem konto genommen vielen dank fürs zuschauer und auf wiedersehen zu Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020